Endlich fallen die Hüllen. Darunter verbirgt sich der Lamborghini Urus. Das Design irgendwo zwischen Aventador und Porsche Panamera. Die Fahrdaten eines Italieners aus Sant'Agata würdig. Ein 4 Liter V8 Biturbo befeuert den hochbeinigen Italiener. 650 PS und 850 Nm Drehmoment verteilen sich auf alle vier Räder. Die Werksangaben lauten 3,6 und 12,8 Sekunden für den Sprint auf 100 bzw. 200 kmh. Luftfederung, Wankstabilisierung und Hinterachslenkung sollen knapp 2,2 Tonnen sportlich wirken lassen. Kaufpreis mindestens 204.000 Euro, Marktstart Mitte 2018. Untertitelung des ZDF für funk, 2017